Wie beginne ich einen Ballwechsel? Das Ball einspielen. Es soll ein langer Ball zurückkommen, der hinter dieser Linie aufdrückt. Ball einspielen, Rückhand. Ball auftippen und vor das Bord spielen. Es soll ein langer Ball zurückkommen, der hinter dieser Linie auftippt. Kommt ein langer Ball zurück, kann ich einen Ballwechsel spielen. Auch hier soll der Ball als langer Ball in diesem Feld zurückkommen. Ein langer Ball ist die Voraussetzung, um Ballwechsel zu spielen. Dievoraussetzung Kästchen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.